so hallo leute hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge farcry new dawn ich bin der fungamer der ending die treibende kraft hier ist auch wieder mit dabei ich frage mich halt wie hoch du verbessern kannst deine wasser so deine level wieviel du machen hast ob es deine maximale anzahl gibt oder nicht so schon mal basis jetzt auch so schauen wir mal was haben da wir könnten zum nächsten außenposten gehen dann rechts rauf und wir gehen links rauf richtung hauptwest dann hätten wir dann auch zwei außenposten und annähe in der mission klingt nach einem plan weißt du dass man ihn nochmal bündeln kann das sind die zwillinge sauer auf dich die wollen dich leiden sehen echt obwohl ich schon auf stufe 3 sind mhm willst du das probieren ups wieso habe ich da so wenig munition ich habe noch munition also warte 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 du und rush ihr gebt den leuten wieder hofnung weiter shark wenn dann mach ich also magazin hatte kein großes was ist das wieso welcher die bp2 ich weiß nicht wieso du ich weiß nicht wieso du wie gibt es das ich hab da nur warte mal prosperity wäre ohne dich jetzt nur noch stau ok na gut egal so geht schon wie die so ala den den tun den 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 alle wanted mit man glicks sind das das kann nicht wirklich hart werden da 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 Machen wir schnell den Nachbarn für die Kids. Ich werde den ganzen Tag sehen, oder? Ja, ich auch. Oh, ich frage mich schon wo, Alter. Willst du gemeinsam gehen, oder gehen wir jeder von einer Seite? Nein, ich würde getrennt gehen. Und wenn es zum Kampf kommt, ist es zu Samarren noch nicht so, ja. Und so ist dann wenigstens immer noch einer entdeckt. Hm, stimmt. Ah, den haben wir schon. Aber die sind irgendwie alarmiert. Ja, ja. Immer mal ein Antwerter, sonst ist es ja nicht. Aber gut, wir können gar nicht dritten, wir können uns eigentlich Zeit lassen. Ich versuche, den Alarm wegzusnappen. Ich habe oben einen. Ich werde jetzt probieren, zu dem einen Alarm zu kommen. Oh, da ist noch einer, der nicht entdeckt ist. Doch, da hält einer rauf, der nicht entdeckt ist. Ich glaube, da brauche ich sie halten. Alarm ausgeschaltet. Von mir ist einer, der sieht mich, aber ich sehe ihn nicht. Okay. Und das ist wirklich, wenn wir die Trassen oder noch gelangen. Glaube ich aber nicht. Na, es sind vier. Aber ist der zweite Alarm auch schon ausgeschaltet? Nein, ist noch... Ah, warte mal, ich bin da. Für mich nur mit dem Scharfschützengewehr. Ein Alarm übrig. Bei mir sind nämlich zwei. Das ist da drüben in der Mitte. Nein. Nein. Es sind so viele zu mir gekommen. Sorry, aber jetzt sind alle einfach zu mir gekommen. Kein Problem. Und wenn nicht alle entdeckt, sind noch ein paar Unentdeckter. Alarm habe ich jetzt abgeschaltet. Kommt, somit ist keine Verstärkung. So, haben wir ihn. Ja, war gut. Mhm. Aber es waren dann alle einfach... Ich habe schon drei Unentdeckter, die habe ich nicht gesehen. Nein, kein Problem. Aber ich habe ja geschaut, dass ich den Alarm dann abschalte. Es ist schon einer zum Alarm hingegrennt. Den habe ich wegrotzen können und dann habe ich ihn abschalten können. Stopp. Ich habe Punkte erhalten wieder. Irgendwas. Ich habe Na gut, zudem würde ich mal sagen fahren machen, oder? Jupp. Du hast uns in Prosperity zusammengehalten. Danke. Willst du mal fahren? Ja. Oder die sind vorne. So ganz komme ich da nicht zurecht gefahren. Oh nein, jetzt kriege ich deine Markierung mehr. Ja. 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 Ich weiß nicht, aber es war da. Was ist das da? Nein, aber ich weiß nicht. Und dann muss ich da vorne kurz raussteigen Und wo? Hier? Nein, da vorne Du musst besser sein, wo du raussteigen müsst Hast du schon mal eine KM-Wut oder? Nee, 180 Meter da Wow Alter, das ist gut hier Alter Ich hab' mir gedacht, hier ist auch okay zum Aussteigen Spuren, kommt mal da ran? Oh, ich glaub' da drumherum ist ein Bison Ich hab' da zwei Fische Oh, oh Okay, puh Ich dachte schon, die sind Wie kommt man? Wie kommt man? Ach dann Hm? Da ist ein Haufen Oh, da, da oben Ja Ja So, perfekt Wo ist das Bisoner wechseln? Hätte es wahrscheinlich weglaufen, aber auf der anderen Seite Da ist ein Bär auf jeden Fall Also du bist da, ich bin auf der anderen Seite schon fast Ich hoffe Oh, ich werd' vom Fischer verkehrt Irgendwie höre ich noch einen Oh Oh, das ist ein Bildschwamm Geht 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 Scheiße Hahaha! Ah! Freude! Freude! Gescheiß! Da waren wieder Zivilisten in der Gegend! Oh Mann! Äh, haben sie! Er hasst Zivilisten! I hate people! So, der muss jetzt neu markieren! Warte, sind wir jetzt noch hier richtig? Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Oh, ja, passt! Das ist wirklich ein Sinn! Oh, Alter, ich sehe nichts! Gib die Knarre weg, Alter! Oh, Alter, ich sehe voll nichts! Oh, Alter! Du nimmst mir nicht die ganze... Oh, Alter! Du nimmst mir nicht die ganze Sicht, wenn du die Waffe so haltest! Nicht auf den LKW schießen, du Fahrer! Oh, Alter! Mhm. Oh, Alter! Oh, Alter! Vielleicht von beiden Seiten! Alter, was geht ihr jetzt hier ab? Oh, Alter! Da unten! Na gut, wir müssen ja jetzt am Masterbosten! Warte mal, ich soll mich reparieren! Warte mal, ich soll mich reparieren! Kann man nicht irgendwo reden! Warte! Weiter! Na gut! Na gut! Na gut! Ich fahre mit Ethanol durch die City in Hoog County! Ich habe ein Ethanol an Bord! Ethanol! Eta, 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 Eta Nol! Ich glaube, da muss ein Leck sein! Der schnüffelt! Yeah! Profi, alt weißes Gold! Okay! Spawnen wir gleich! Also, das brauchen wir gleich! Immer wenn man da draußen passen muss! Ich bin überrascht, der tut! Der fragt mich nicht einmal, ob ich Munition brauche vielleicht! Also, wenn wir den anderen Außenposten gemacht hätten, hättest du auch keine Munition, oder? Punkt an dich! Ja! So, skal ich dann gerne durch! Wirklichager mit Seoul. вод. Wirklichib Claudia. Rund auf jeden Fall da unten Weiter nicht wirklich Haben sie gesehen oder? Na gesehen nicht So Und dann ist er urscht Alarmiert sind sie jetzt halt Ja urscht, Alarmiert ist es urscht Da kommt einer auf sich zu Alle markiert Das sind die Geschade gemacht Ich gehe in Richtung Trier, weil die gehen an den Berg da wieder hoch Der kommt genau unter mir an, das siehst du gut, oder? Unter dir? Nein, natürlich eine andere Position Scheiße Ich bin gleich Ich wollte dahinter wahrscheinlich Okay Der hat gemeint, du? Ja, aber ein bisschen weg Ich? Ja Scheiße Das ist ein Hut mit einer Bombe, das piept Ah, okay Ja Ich habe mich schief erinnern Verrückt Ah, ich wollte den Alarm ausschalten Ich will so drei Alarme ausschalten Da sieht man wieder was von Wert Ja Ich sehe einer mitten in der Basis umeinander Bin ich Da Zuerst warst du Wie im Terminenlob Wir fallen ihnen in die Seite Alter Scheiße Außen Ich bin tot Ich wollte nicht wegrotzen Zu langsam regiert Kannst du mich vielleicht holen Ich lieg da glaube ich günstig Mann Okay Dann gebe ich auf Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Unterstützung ist schon auf der Straße Warte auf Warte auf 15 Sekunden komme ich Da kommt was hoch Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Hoppa Ah, da war er Nice Da hinten war er Das war nice Das war er Na gut, du musst schnell auf die Galette Aber ich könnte mich bei einem Auto setzen Und nicht mehr fahren Das ist eine gute Idee Aber ich werde da zuerst noch Muni nach tanken Gut dann Wo ist hier Und dann kannst du dich ins Auto setzen Wenn man da eins anfordern kann Ah, da hinten sind die welche Diese Platten sehen wir jetzt für neue Waffen Das ist mein Kreuzweiß Sagen Na ja, das darf jetzt Bison Das darf sich ausgehen mit Bison Wenn du willst, da ist ein Auto dann Ja, komm gleich Dann Muni nachfüllen Das darf ich nicht Steht kurz da Ja gut Ja gut Komm ich jetzt Jep Was ist das? Loser Huuuuhh So, okay, jetzt bin ich in Tech-Pei, ich lieber. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020